Ich glaube, das wird ein riesengroßes Abenteuer werden. Es werden ungewöhnliche Spiele, Spiele, die es so lange nicht gegeben hat. Und trotzdem ist die Vorfreude natürlich riesig. Es werden meine zweiten Olympischen Spiele werden. Und darauf freue ich mich sehr und bin offen auf alles, was mich erwarten wird und bin jetzt auch froh, hier nochmal die Generalprobe in Frankfurt machen zu können. Ich glaube, man muss sich dieses Jahr ein bisschen davon frei machen, was so die ideellen Werte der Olympischen Spiele sind. Ich denke, wir können dankbar sein, dass überhaupt diese Spiele in dem Maße in dieser Pandemie überhaupt stattfinden können. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Es werden strenge Maßnahmen vor Ort sein. Dennoch freue ich mich darauf. Es ist das große Sportereignis auf der Welt. Nur ein geringer Prozentsatz in unserem Land bzw. weltweit können wir diesen Spielen teilnehmen. Und deswegen ist es natürlich immer wieder eine Ehre, auch Teil dieser Team Deutschlandmannschaft zu sein. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, so einen Medaillensatz falsch zu machen, ist natürlich, wäre für mich sehr, sehr wichtig und auch echt schön, nach einer WM-Medaille, EM-Medaille, dann auch nach Olympischem Edelmetall zu greifen. Die Konkurrenzsicht ist sehr, sehr dicht beieinander. Deswegen kann alles vor Ort passieren. Ich möchte natürlich ein Wörtchen vorne mitreden und die Tagesform wird abhängig davon sein, ob es für eine Medaille reicht. Aber ich werde alles dafür tun, dass ich in der Verfassung bin. Caro, im Namen von Eintracht Frankfurt wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg und viel Glück. Danke. 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 Danke.